Es ist übrigens lustig, ich habe, das hast du ja schon ein paar Mal gesagt, finde ich sensationell, die Formulierung, der Grenznutzen von Geld, immer mehr Geld nimmt ab. Das ist, glaube ich, für jeden erstmal nachvollziehbar, was damit so ein bisschen gemein ist. Ich habe das auf einer Party zu, da waren sehr, sagen wir mal, wohlhabende Immobilieninvestoren, die auch größere Immobilieninvestments machen. Und da habe ich das auch zu einem gesagt und das war richtig lustig, weil der hat das genau gemerkt, er versteht es nicht. Also er versteht sehr, sehr wohl, was Grenznutzen bedeutet. Und hat sofort umrissen, was ich mit der Aussage meinte, hat aber überhaupt nicht verstehen können, wieso der Nutzen hat. Weil du kannst doch, wenn du einen Rolls-Royce hast, kannst du danach eine Yacht kaufen oder kannst du doch einen Jet kaufen. Und wenn der Jet, dann kannst du danach eine Boeing kaufen. Und also du hast doch mehr Nutzen, wenn du mehr Geld hast. Und das ist halt was, wo ich so happy bin, dass wir beide auch da wirklich gleich denken. Aber übrigens, wenn ich so ein bisschen schaue bei uns im Freundeskreis, auch früher mit Leuten, die wir studiert haben und so. Also ich bin schon extrem dankbar, dass wir dieses eine Ding, okay, wir gehen raus aus dem Konzern, wir machen was Unternehmerisches, bauen uns da Immobilien auf, bauen eine Firma bei Immocation. Damit, glaube ich, sind wir beide so, okay, wir haben uns bewiesen, wir haben mal was gemacht, was wir selber, wo wir selber stolz drauf sind. Und das ist super. Und ich sehe die Leute, die Kumpels von uns, die das halt noch nicht haben, die das natürlich extrem antreibt, diesen Beweis zu erbringen, ganz unabhängig von Geld. Und wir haben jetzt irgendwie das Geldthema für uns weitestgehend im Griff. Wir haben diesen Beweis für uns erbracht und bin sehr froh, dass wir beide nicht sagen, aber jetzt wäre es schon geil, wenn wir die größte Yacht im Hafen kaufen können irgendwann. Dann lass uns doch mal gucken, was muss man denn tun, um 100 Millionen zu verdienen oder so. Das, ja, bin ich happy, dass wir das beide nicht wollen. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020